Und der bekommt den Ball auch zurück. Und dann, da wird doch noch Markus Howard. Und der zieht zum Kopf und der Block ist sauber! Der Block ist sauber! Das Spiel ist gewonnen für Alba Belli. Gut geholfen von Stunich. Fünf Sekunden auf der Schussuhr. Da ist der Dreier! Der passt! Tim Schneider! Als wenn er es wirklich machen würde. Tim Schneider. Kann man da cooler sein? Das ist schwer. Da will er immer gerne helfen. Und andere Spieler ins Spiel bringen. Schwarz und Beck ist von Lill. Von Louis und Lindy. Derjenige Big Defensive Place macht. Das kommt dann natürlich dazu. Also wirklich. Von Jalen Smith. Da bin ich ihm nicht zu nahe drin. Einfach nur Richtung Kopf geworfen. Gegen Bartolomeo Smith. Drücken hinter den Rücken. Jalen Smith arbeitet ihn in den Kurven. Der Ball ist drin. Irgendwie. Egal wie. Hauptsache drin. Smith verkürzt. Auf 60 zu 67. Blatt, Loch und Lindy. Jetzt zaubern sie. Und dann kommt der Platz. 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 Ein Mittelchen her jetzt mal langsam. Der steht jetzt schon bei 20. Und der macht teilweise mit der Berliner Defensive was er möchte. Sigma auf Smith. Offensiv ist das vollkommen okay. Alba puntet regelmäßig. Scorrt hier regelmäßig in diesem Viertel. Und der Schritt hat damit seine 500. Um jetzt überhalten. Ein Spiel auf den Leibers. Fantastisches Timing. Beim Abrollen. Leibers wird perfekt bedient. Alba spielt. Richtig schön. DKW. Das kann Bank. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.